hi hier ist der Krasse und kommt zu einer Nachfrage Minecraft Futurine und ja, wie lange ist es her und willkommen zu einer neuen Futurine und ja, vielen von euch denken sich, für was ist dieser Hebel? es ist eine sehr gute Frage und... ähm, das habe definitiv nicht ich geschrieben ah ja, wer kennt sich? weil war das? egal hier erst bei Paul was ist dieser Hebel? man sieht, beim hier rauf drücken hier ist eine... was ist mit dem Glock? fuck da äh, repariert dann macht man so und what's your problem in Minecraft? da hat man sieht hi mann, ich bin so haubel los dieser Lachen-Smiley kommt ah, warum? was? wa... wa... was ist das Problem, wenn ich fragen darf? warte mal kurz hier so ich würde nur zu gern wissen, warum hier... ähm, mal erstmal so... ich würde nur zu gern wissen, warum hier... ich würde gerade nur zu gern wissen, warum hier... der Pisten nicht geht hab ich gerade zu gern wissen... hä, ich hab dir nicht... das Rüstle nicht mal abgebaut, wenn ich jetzt halt ausmache... was... ah... jetzt... verstehe ich... jetzt verstehe ich mehr... da gibt's nur ein Problem... hm... äh... egal, das mache ich nach der Folge, Leute... egal, vergisst das... nur natürlich, es regnet natürlich wieder... wie auch... wie soll es auch sonst sein... äh... man ist es auch schon gewöhnt... von Minecraft Futurine... das heißt... 24,7... regnet... hi... da... hä... warum... wird er nicht mehr einge... äh... jetzt... so... erstmal machen wir hier... weather clear, weil sonst... äh... stirbt unser ganzes MC... den Helm die mir auch mal ab... ja... willkommen zu der neuen Folge Futurine... komischster Anfang in der Welt... ich weiß... eigentlich wollte ich gerade... das cool zeigen... und dann kommt sowas... nice, danke... und seit wir am Büsch... können wir mal ab... äh... alles runternehmen... bald ist auch herbst... nicht... das gar das Eis put wird... das möchten wir ja nicht... dann haben wir aber... einen neuen Brief... nein... haben wir nicht... erstmal ins Haus... hier rein... letzte Folge... haben wir extrem viel... in einem Dungeon gefunden... wir waren... äh... auf Fußgänger Dungeon... hier kommt es rein... ok... und ich... hab vorher... mal... das hier ein bisschen... einzulagern... diese Folge... dann zu... der Bacon... mal gehen... weil... bei dem war mir... ich gesagt... auch länger... nicht mehr... vielleicht hat er irgendwas Neues... für uns... eine Aufgabe... irgend sowas... scha... rüber zu gucken... schadet ja nie... weil er einfach... weißt du... was ich sortiert... das jetzt an Leute... irgendwie... ich hab keinen Bock darauf... jetzt an... hier... wo... war hier... glaube ich... habe mich hier rein getan... dann hier noch... Gold Apple... hier... Gold Äpfel rein... und... Tränke haben wir auch... hier noch dazu... wir brauchen so ein... Potion Regal... die können wir... hier so... hier so hin tun... oder... warum wir die Potion Regal hin... hier können wir so ein... Potion Regal... dann... hier drüber... so... oder... hier drunter... keine Ahnung... baut man das hier... so... Potion... Potion... irgendwie so... da... baut man das... ähm... okay... wir trägt jetzt an irgendwas... leer... okay... leer... dann... äh... okay... das bauen wir dann... hier... ich glaube... so war das... und hier... Ups... ich brauche noch mehr Holz... nice... kann man das so machen? Perfekt... woop... dann hier... hier... und hier... äh... aah... jetzt... verstehe ich's... ich hab's damit zwar... ein bisschen... falsch gemacht... nur ein bisschen... ach man... jetzt kann ich noch mal... ach du... kacke... ist das nervig... jetzt haben wir's gar die Glauben... wir glauben... ich bin halt einfach der... Kingcraft... look... Keiner sagt was dazu... verstanden... danke... hier... ich bin auch dumm hier... ja... egal... wo ist jetzt... mir das hin... lass es hier mal hinten hauen... dann können wir... hier ein paar Potions rausnehmen... da sieht doch gut aus... hier so reinigt wie... hauptsache... wir haben sie weg hier... perfekten... die Brot... perfekt... sieht doch gut aus... hier so ein paar O-Schule... jetzt haben wir hier auch genügend Platz... hier... sieht doch nicht schlecht aus... hier... äh... 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 hier so... dann hier eine Hose noch dazu... die Schuhe... haben wir hier... diese Schuhe sind definitiv besser... mal die Schuhe... können wir irgendwas daraus machen... daraus... irgendwie... sie... nein kann man nicht... hier so... äh... die Schuhe kommt hier oben hier hin... hier sind die ganzen Schuhe... ähm... irgendwas wollte ich denn jetzt gerade noch mal... ähm... den Knopf... was macht mir mit den... hier kommen Knopfe hin... ach... das stimmt... das... viel transparentes Klinger... jetzt noch ein 8... das war meine... eine Liste... warum steht hier nichts mehr... da ist hier... ein T-Shirt... aber... okay... hier haben wir noch Diamant... ach... die Pistole haben wir noch... einen Boxer glaube ich drin... hier oder... ja... ich habe keinen... herzenpackten... ach... wir haben hier noch... was ist das... brr... keine Ahnung... hä... haben wir das mal bekommen... ur... erst mal... keine Ahnung... hä... hat das irgendwie uns getroffen... hä... Leute jetzt ernsthaft... hä... kann mich nicht erinnern... woher ich das... über... egal... ich weiß... ihr wisst was man damit anfangen kann... wir können... in die commentary... mp... sehr cold... naja... op... was kann man... was hat er... erst... kann man... wir können uns den Apfelbaum... theoretisch bauen... Leute... bauen wir uns ein... ja... das sind Apfelbaum... bauen... haben wir irgendwo hier... saplings... äh... ich bin so arm... ich hab mich mal saplings... oder was... ich hab die Blätter... ich hab mal... äh... abgebaut... aber ich hab... nicht... bin nicht auf die Idee gekommen... äh... 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 haben wir nicht... oder... sieht man nicht zur... so... sieht mir nicht aus... okay... schade... gleich hier die es rein... haben wir hier noch irgendwas... neun... hier noch was... neun... dann vermerke ich hier... alles wir hin tun... das Schild... von mir eigentlich theoretisch... hierhin... packen... hier... so... das sind auch so... was hier hin hauen... dann... Bücher haben... ja auch... habe ich ja auch... dann war es hier... ja... dann essen... hier... hier... und eine Schallplatte... mhm... definitiv nein... äh... wo du mir die hin... das ist jetzt meine Frage... ach hier... okay... aber ich würde vorschlagen... wen jetzt zu lieben Herr Dr. Bacon... hier noch schlafen davor... ok leile... wir fliegen jetzt mal rüber... zu Bacon... da jetzt noch schlafen... hopp... erstmal runter... aufmachen... au... aah... Kraven 6... au... 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 bacon... mir... geht... es... gut... und... dir... äh... ich hoffe... mir geht es natürlich auch gut... und... lull... das sieht... interessant aus... gut... danke der Nachfrage... ok... weißt... du... was... Neues... ist... mit einem schönen... lachend... smiley... äh... ah ja... geil... hier haben wir... und das ist mir eine Kabel... ETF... egal... hinterfahre ich mal nicht... äh... ups... habe ich ja... mit der gerade aus dem Kopf... gesetzt... ups... wollte ich nicht... sorry... heute... mich fand ich da aus dem Kopf... bin ich gespannt... ist was bacon... ah... mani... du weißt ja... dass wir... alle Kristalle noch brauchen... nun ja... fast alle... du hast ja... schon... einen... ja... und... weiter... äh... was möchte... äh... von uns... wenn er uns das sagt... hat er jetzt an Inge... äh... geholt... oder... I don't know... ich mein... war mir höflich... äh... genau den... was möchtest du bacon von mir ist jetzt meine frage... also ich glaub die ist total sind ein bisschen stärker aus... by the way... ach du... du... ähm... ähm... sie ist eigentlich irgendwie... ja... na... ja... es sieht so... ja... und ich habe es geschafft... ein Portal zum Wasser... ähm... herzustellen... ok... cool... also... äh... also hat er zu einem Portal... für nächsten Kristall... oder... wie soll ich das verstehen... ups... was... ich würde dich bitten... vielleicht ihn zu holen... sonst weißt du ja... was passiert... ja... Lull... bist... du... ist... da... war das... ein Chat... da... so... äh... hä... oder was hat er da gemacht... äh... bacon... was hast du da gemacht... oder bist du... Hacker... im Moment kann ich nicht schlagen... weil... der Hacker... ja... hm... bacon... hui... äh... ja... das ist neue Technologie... ein Tarnkarten Jetpack... ja... ok... noch... ist... noch... etwas... bacon... dann haben wir eigentlich... dann haben wir jetzt eigentlich unsere Ruhe theoretisch... glaube ich... nicht... ich sage... und sorry... dass die Folgen jetzt noch relativ kurz immer mehr werden... ähm... ich habe nicht... so viel Zeit in dieser Zeit... und... ich plane auch... äh... ganze Zeit... ähm... ja... ich lasse es offen... jetzt würde ich sagen... lernen wir uns halt... lernen wir uns halt... bei einem Inventar... ok Leute... ich würde sagen... ich gehe hier im Weg... ich bin hier drüber mal dran... hier sind welche... glaubt ihr... Bacon fällt es auf... wenn wir 16 Fleisch mitnehmen... ich meine... sonst wäre Hunger... mir egal... und das möchten wir nicht... wie ist... ich bin hier... bacon... ich... bin... hier... da... ok... ok... hier... was ist das? Gas... Hä? Lul... Alter... sieh doch... Alter... sieh doch... mega nice... cool... die... zählt... der... hilft dir... unter Wasser zu... als ist so ein... Gas unter Wasser... irgendwas... maske... danke... nice... dann sterbe ich auch noch... dann fast... nice... finde ich... finde ich... ich meine... ich sterbe einfach... fast dann... ok... schaltet... er das ein... ich bin gerade im Stall... wo sind hier die Skelette? sind die über uns? das heißt... ich sollte mir das nicht zu machen... eventuell... ach ja... wir hätten vielleicht... Blöcke mitnehmen sollen... wollen wir das zu... ach egal... bist du bereit? ok Leute... ähm... ich würde sagen... ok... es ist total... oh mein Gott... ähm... Leute... ich würde sagen... das ist ähm... ein bisschen blöd... ich habe kurz den Cut gemacht... weil... ein bisschen blöd... ein Zimmer... vermisst... und... ja... ok... ich bin bereit... ich... ok... ich gehe von 3 runter... ok... hoff... ok... ich bin gespannt... 3... 2... 1... ok... 1... ok...